Hier also wartet der berühmte Bourjois-Primeur auf den Moment... ...und der ist genau jetzt. Deutsche Post Worldnet übernimmt mit Danzas die weltweite Distribution vom Bourjois-Primeur. Stell dir mal vor, die bringen 4 Millionen Flaschen auf 5 Kontinente. Und die kommen alle pünktlich am selben Stichtag an. Von Rio bis Tokio. Wir werden der weltweite Logistiker Nummer 1. Seien Sie dabei. Aktie Gäbe. Machst du mal Korkensier? Dann geh mal ein Bier trinken.